Mann, du kannst mich loslassen! Ausbruch da eben erklären. Wenn wieder mal alles zu viel wird, KitKat mit dem KitKat Break. Heute im Hormuzenta Beratungsstudio. Die Hormuzenta Wirkstoffe regen die nachlassenden Hautfunktionen wieder an und regenerieren somit die Haut. Sie werden sehen, Gesicht, Hals und Dekolleté werden wieder glatt und schön. Wenn auch Sie Hautprobleme haben, schreiben Sie an das Hormuzenta Beratungsstudio 1000 Berlin 31 Postfach. Hormuzenta mit Plazenta Kollagen plus Elastin wirkt der Faltenbildung entgegen. Die Nassrasur, Revolution von Remington. Der neue Nassrasierer Lectroblade mit Schwingmotor und vibrierenden Doppelklingen. Wenn Sie nicht die gründlichste, glatteste, bequemste Rasur haben, erhalten Sie Ihr Geld zurück. Remington Lectroblade, der automatische Nassrasierer. Ja, bei Hustenreiz hat er sich schon oft bewährt. Ricola Schweizer Kräuterzucker mit 13 natürlichen Heilkräutern aus der Schweiz schmeckt einzigartig, ist Wohltuend für den Hals und sehr befreiend. Ricola Schweizer Kräuterzucker von Natur aus wirksam. Immer mehr Fernsehprogramme, aber wo bleibt da der Durchblick? Im neuen Programmsystem von Hörzu ist alles klarer und informativer. Das Erste und Zweite, die Dritten, extra groß RTL Plus und Sat.1 und alle Kabelsender. Das neue Programmsystem von Hörzu, damit Sie viel mehr Durchblick haben. Hey yo, Mango, Fantamango, wofür hast du mehr? Schon probiert's, die tolle Fantamango. Fantamango, wofür hast du mehr? Fantamango ist herrlich wie Kalypsen. Fantamango, wofür hast du mehr? Trink 1, 2, 3 und die Südsee kommt. Fanta, Orange, Zitrone, Light und Mango. Mehr Spaß an Chips, mehr Schmatz an Chips, mehr Chips an Chips. Ferricci, Ferricci. Für zeitgemäß leichten Genuss. Mehr Lust auf Chips, mehr Knack an Chips, mehr Chips an Chips. Ferricci, Ferricci. Für zeitgemäß leichten Genuss. Ferricci, unendlich lecker, knapperleicht. Hm, hm, hm. Hallo Freunde, mein neuerster Film ist da. Wow, Großstadt-Abenteuer. Erik Gags, jede Menge neue Inputs. Einfach toll. Also nichts hier rein ins Kino, denn Nummer 5 gibt nicht auf. Luck hat's in unseren Breitengraden nicht leicht. Es regnet einfach zu viel. Und wenn's mal nicht regnet, ist es oft genug feucht. Gut, wenn man da einen Volkswagen hat. Denn da gibt's ohne Wenn und Aber drei Jahre Garantie auf den Lack. Drei lange, nasse Jahre. Nicht jeder steht so glänzend da. Volkswagen. Da weiß man, was man hat. Was ist denn das? Eine Uhr mit neun Zifferblättern. Verrückt. Ach so. Alle Zeiger müssen auf die 12 zeigen. Kein Problem. So, jetzt hab ich's gleich. Oh nein. Auf der Rückseite sind nochmal neun Zifferblätter. Verdammt. Jetzt, jetzt hab ich die anderen wieder verstellt. Ich werd noch wahnsinnig. Ach, für heute geb ich's auf. Der Erfinder des Zauberwürfels hat wieder zugeschlagen. Rubik's Glock von Matchbox. Eine neue Herausforderung aus dem Rubik-Denkdepot.